So, ich weiß jetzt nicht genau, was hier passiert. Ich muss mich mal eben gerade ein bisschen näher an das Mikrofon setzen. Ich bin ja jetzt bei dem Typen, der da down the drain die ganze Zeit sabbelt. Und jetzt schaue ich mal, hier kann ich nicht rum. Und hier, ich muss also hier runter, auf jeden Fall. Ich spring mal gerade. Und guck nochmal gerade hier rum. Kann ich denn hier inactive, kann ich nichts machen, ne? Wenn du Türen schließt, kannst du deine... Ne, kann ich nichts machen. Also ich kann hier rüber. Hier kann ich nicht raus. Ich kann hier rein. Muss ich gerade nochmal gucken. Da war jetzt, glaube ich, auch der Typ. Der mich da so fertig gemacht hat. Irgendwie. Was haben wir denn hier? Hier haben wir nix, ne? Hier haben wir auch keine Batterie oder so einen Scheiß. Ne, hier haben wir nix. Haben wir denn hier noch irgendwie Batterien? Da liegt ne Flasche rum. Da liegt nix rum. Hier liegt auch nix rum. Genau, hier sind wir ja, glaube ich, beim letzten Mal reingeflüchtet. Als der eine Knaller uns ans Leder wollte. Ich gehe nochmal eben hier raus. Und, ähm... Geh nochmal eben hier rüber. Und guck jetzt nochmal... Scheiße, wir müssen jetzt hier wieder rum. Und der eine Typ, der steht hier nämlich. Ich glaube, wir gehen jetzt mal gerade in die Knie. Wie können wir denn nochmal in die Knie gehen? Muss mal eben ein bisschen was ausprobieren. Genau, und jetzt versuchen wir uns mal hier vorbeizuschleichen. Ganz leise, ohne dass er uns sieht. Jetzt schleichen wir uns mal hier hinten vorbei. Scheiße. Da ist der Typ, ey. Gucken, ob der uns sieht, wenn wir uns hier vorbeizuschleichen. Ich hoffe nicht, ich hoffe nicht, ich hoffe nicht. Ich glaube, er hat uns nicht gesehen. Ach, alter Schwede, ey. Aber wir kommen hier auch nicht weiter, ne? Kommen wir hier weiter? Oh, fuck. Da ist schon wieder so ein Knaller, ey. Schneller. Renn, renn, renn. Äh. Hier sind ja noch mehrere von den Typen, ey. Das gibt's doch gar nicht. Komm, lass mich noch rein. Nein. Hau ab. Mann. Wo ist der? Der ist weg. Ne, der ist noch da. Geil, umat, ey. Ach, Mann, oh, ey. Das gibt's doch nicht. Hau ab jetzt, ey. Wie viele von den Knallern gibt's denn hier? So, ich hoffe, der findet mich jetzt nicht. Doch, der findet mich auch wieder. Ey, das gibt's doch nicht, ey. So, wie komm ich denn hier jetzt nochmal raus? Nein, komm ich nicht. Oh, ah. Spacko. Ich komm hier nicht weg. Ja, das war's dann. Da ist es um mich geschehen. Hm. Okay, ich muss hier runter. Jetzt kürzen wir das Ganze mal ein bisschen schneller ab. Dann gehen wir mal eben hier hinab. Hier kommen wir ja nicht rein, ne? Wahrscheinlich werde ich hier hinten auch nicht reinkommen. Okay, der sieht mich nicht. Und super. Dann guck ich mal, ob ich hier reinkomme. Hier komm ich auch nicht rein. Ma. Ja, mit der Knallerbse hier da hinten, das ist natürlich super. Hm. Wie komm ich denn jetzt hier mal rum? Den einen Typen muss ich aus dem Weg gehen. Und dem anderen Typen muss ich aus dem Weg gehen. Wie soll ich das denn machen? Ich muss mal schnell zurückrennen. Komm, 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 komm hier rüber. So. So. Kommt der jetzt hier rein? Ich hoffe nicht. Ich hoffe, den habe ich jetzt da rausgelockt. ausgelockt. Gehen wir mal wieder raus. Und gucken jetzt noch mal. Boah, ich kriege immer einen halben Herzinfarkt hier, ne? Scheiße. So. Hier rein. Ah, fuck, ey. Komm, hau ab. Hau ab. Wieder hier raus. Dann wieder hier rüber. Dann hier entlang. Und ich hoffe, der eine Typ sieht uns jetzt nicht. Haben wir hier auch noch Kästen? Bitte bleibe mir jetzt vom Leib. Hau ab. Hau ab. Hau ab. Alter, hau ab. Ja, er geht. Ja, er geht. Er geht. Boah, alter Schwede, ey. So, der verpisst sich jetzt schon mal. Super. Was haben wir hier? So, drücke linke Maustaste, um die Luftschleuse einzuschalten. Ich guck mal gerade, der eine Typ ist weg. So, follow the blood. Okay, komm ich denn hier? Da hinten läuft er. Jetzt muss man gerade gucken, komme ich denn hier irgendwie? Komme ich hier wahrscheinlich nirgendwo rum, ne? Jetzt müssen wir gerade gucken. Schluftschleuse, mhm. Da hinten ist er. Dann gehen wir hier gerade mal rein. Schließen wir uns mal gerade hier ein. Da höre ich nämlich schon wieder Schritte von der Knallmaus. Er geht vorbei. Okay, hier haben wir eine Batterie. Aber hier haben wir sonst auch nichts, ne? Was wir irgendwie gebrauchen können. Ich weiß jetzt nicht, wo der Typ hin ist. Hier hinten liegt einer. Hier liegt einer. Was haben wir denn hier? Linke Maustaste zum Schließen. Hier ist auch nichts. Hier ist noch eine Batterie. Aber hier ist nichts, was wir irgendwie verwerten können. Noch großartig, ne? Nö, außer der PC hier. Okay, das heißt, wir müssten... Hier kommen wir nicht rum. Müssen wir ja eigentlich im Grunde hier... Kommen wir hier rum? Ne, hier kommen wir auch nicht rum. Luftschleuse haben wir jetzt geöffnet. Okay, dann gehen wir... Ah, okay, hier der Aufstuhl. Ach, der Aufstuhl. Der Fahrstuhl ist offen. Der Aufstuhl ist offen. Security. Security ist zu. Scheiße, die Typen sind da. Was haben wir denn hier? Kann ich hier irgendwo oben entlang? Gehen wir mal ihm hier entlang. Gucken, hier können wir ja durch, ne? Drücke Leertaste, während du dich auf einer Kante bewegst. Wo gehen wir denn dann hin? Entschuldigung. Boah, ich bin immer noch so erkältet. Mal eben gucken, wo die zwei Pimmels hier rum eiern. Und wahrscheinlich muss ich jetzt hier gleich hoch, ne? In dem nächsten Teil. So, genau. Und da haben wir hier wieder einen Aufstuhl, ein Fahrzeug. Ein Aufstuhl und ein Fahrzeug. Können wir hier rein? Der ist ein bisschen dood. Ah, hier haben wir wieder ein Confidential. Gucken wir uns mal das Confidential an. Dokumente. Die ordnungsmäßige Wartung der Reinigungstore ist wichtig für die Sicherheit von Project Wallrider. Schauen Sie im Merkow Corp Wartungshandbuch nach oder wenden Sie sich an einen Vorgesetzten mit Sicherheitsberechtigung. Ah, super. Haben wir hier noch irgendwo Batterien? Die haben doch bestimmt alle hier noch Batterien liegen, oder? Genau, hier haben wir eine Batterie. Perfekt. Gehen wir hier mal gerade raus. Und dann... Oh man. Oh, sorry. Ich bin gerade ein bisschen müde. Was haben wir hier? Kommen wir nicht durch, ne? Kommen wir hier durch? Scheiben wir wohl nicht durch zu kommen. Kommen wir hier durch? Die Tür ist... Schlüsselkarte haben wir nicht. Heißt, wir brauchen eine Schlüsselkarte. Okay, und die Schlüsselkarte wird wahrscheinlich... Okay. Boah, Gott, ey. Hier sind wir wieder bei den Bekloppten, ey. Und so, jetzt rennen wir nochmal eben da hinten hin. Denn wir haben jetzt eine Schlüsselkarte gekriegt. Und mit der Schlüsselkarte... Können wir mal gerade hier reingehen? Oh. Ja, mit der Schlüsselkarte können wir gerade mal hier reingehen. Wir machen das mal gerade zu. Ach, du Scheiße, ey. Ist das eine Kacke hier, ey. Hier habe ich ein Radio. Entkommen durch die Duschen? Alter. Batterien nachladen. What the fuck? Bitte. Okay. Das war's für heute, Leute. Wir werden... Also, beim nächsten Mal... Also, wir müssen hier wieder rum. Wir werden beim nächsten Mal hier weitermachen in der düsteren Gegend. Und ich verabschiede mich jetzt erstmal für... Äh, nicht für euch, bei euch. Also, bis beim nächsten Mal. Ciao.